Hi Leute, na, willkommen zurück hier bei Dragon Ball Z. Äh, ja, voll die Action hier? Ne, wir gucken einfach mal, ob ich online wen finde. So, benutzerdefiniertes Spiel, Raumsuche, ja, machen wir mal mindestens zwei Balken, dass es nicht so doll viel lecken sollte. Und dann gucke ich mal, ob ich ne gute Lobby irgendwie finde, wo jemand auch mit mir zocken will. Also der guckt jetzt erstmal, welche Räume alle da gerade offen sind. Kann durchaus möglich sein, dass es ein bisschen dauert, weil er ganz viele Räume findet. So, boah, du hast ja, also für deine drei Räume hast du echt lange, so kommen wir jetzt zu Jura44. Hallo. So, ja, Charaktere von denen sieht noch gut aus. Dann nehme ich jetzt so einfach, äh, soll ich einen Heiler nehmen, oder? Ach nö, ich nehme einfach, äh, oder doch? Hm. Ne, ich nehme Vegeta. Ach, er ist ja schon angepasst. Moment mal. Ach, ist egal. Ja, Kumpel, äh, wählst du mal was aus, oder bist du nicht da, oder? Hallo? Äh, 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 wo waren das? Ne? Ich will bald kämpfen. Was sind denn die überhaupt? Ein Engländer und ein zweiter Engländer. Du, 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 du. Ja, irgendwie sind die alle tot. Ne? Gut. Es gibt auch WG da, was soll ned? Ne, ne, bleib mal was von Gorn, genau. Ja, und nun? Mann, warum gibt es hier nicht so Autoübersetzer von wegen Ey, ich habe gerade ein Video am Laufen, lasst uns zocken Oder so Jetzt mach was, jetzt mach was Los, sonst kann ich hier gleich wieder rausgehen, weil hier so scheiße ist Oh, Mission 37 Ja gut, dann muss ich jetzt einmal ein bisschen 37 machen Dann wählt er wahrscheinlich aus, nimmt irgendwas und dann bin ich dran Dann kann ich eine Mission nehmen, die mir wirklich fehlt Na toll, ja noch ein WG da, cool Achso, verdammt, ich brauche ja gar nicht Ich brauche ja den hier gar nicht Und der andere, da brauche ich auch nicht mit Partnerdings Nehmen wir den Affen Und nehmen wir Kiel Bestätigen So, Start, alles klar Ah, Leute, jetzt zock ich online, cool, wa Hatten wir auch noch nicht Aber naja, ist besser, als wenn Als wenn ich wirklich gar keine Hoffnung habe Gar keine Chance überhaupt zu gewinnen Ist ja so schrecklich, ey, so schrecklich diese Mission Hm Der Fusionskämpfer Oh, sie sieht cool aus, ey Alle volle Super Saiyajins Und da sind die Benspasten Voll ekle So, jetzt synchronisiert es einmal Dass wir alle praktisch zusammenpassen Und dann sollte es Eigentlich nicht längen So Attacke Bam Na ja, sieht ja gut aus Kriegt ja gut Schaden Wir prügeln da alle ein Ach, macht das Spaß Mit echtem Spielern Guck mal So was hat man im Offline-Modus Hat man so was nicht Das ist hier viel geiler Ich hätte mal Alle schon tot Ich hätte echt gerne auch Vielleicht so ein Let's Play Together gemacht Mit zumindest einem Kumpel Aber da ist dann auch wieder das Problem Dass man den dann nicht hören würde Über die Xbox Und er bräuchte ja einen Skype oder so Na egal, jetzt kämpfen wir erst mal gegen Gotenks Gotenks ist in der Haus Oh, au, 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 au So, naja, meine Kiri-Neration ist erhöht Und Und alles ist cool So, lasst uns mal ein bisschen Jagd machen, Leute Wir brauchen noch Gengi-Energie, ne Bam Schön You're pretty good So schnell geht das Ist das schön So, Attacke Irgendwie habe ich gerade keine Key Wo sind denn meine ganze Kiel? Na, kommt schon mal wieder So, da ist er Husten, husten Ne, kuste So Vielleicht haben wir Und dass er sich immer so teleportieren muss Er geht richtig auf den Geist Oh, alter, der kann ja super Ghost kann die Karte der Geist da machen Ist ja cool Okay, das war's dann mit der Kette Na, gleich haben wir Ist das schön, so macht das Spaß Ein bisschen online zocken hier Bitte teilt etwas Mit mir Ich habe selber kein Key Sorry GoTanks Mach keinen Scheiß Wenn jetzt Leute überspringt doch mal Wir kennen das doch alle schon So, da ist er wieder Super Saiyan 3 GoTanks Peace, alter Hippie So, wir wollen aber erstmal Piccolo vernichten Yeah Und Sack, smash Mein Kumpel Gohan Super Saiyan 2 Der macht hier schon mit Oh, einer ist tot Zwei sind tot Alter, was machen die denn Ich komme nicht ran Hm Jetzt gerade leckt es auch ganz komisch Das ist irgendwie nicht schön Naja, da kann man jetzt auch nichts machen Hm Jetzt ist wieder gut Hm, merkwürdig So Piccolo, der sollte auch irgendwann mal besiegt werden Zack Aber ich muss jetzt echt irgendwas mit meinem Key machen Wir haben alle keine Key mehr Das ist echt scheiße Bam Alter, wie schnell stirbt er denn? Oh Oh Eigentlich hätten wir es locker geschafft Aber wir haben auch keinen Heiler, ne? Ich glaube Ich glaube, ich mache einen auf Heiler Ja, muss wohl sein So Wer ist denn jetzt ein Heiler? Äh Ich könnte es hier 18 nehmen Ich könnte auch Ihn hier nehmen Was Genau Was kann er denn? Zeig mal ja Finde dir geschlagenen Verbündete und nähere dich Setz deine Barriere Die Schutz Ja, na Von mir aus nehme ich jetzt den Gohan So Dann machen wir mal nochmal alles leer Und zwar wirklich alles Und dann geben wir ihm das Beste, was geht So, und dann packen wir noch Was heißt, schnellere Key Erholung während der Bewegung Oder wenn ich Schaden habe Dann gebe ich ihm das Und das Dann würde ich schon irgendwie hinhauen Los Na los, Leute Wir wollen kämpfen Ach, Freunde Aber das ist echt scheiße Dass wir gerade auch schon wieder verloren haben Mann, aber ich habe Ich habe wirklich richtig Bock Jetzt so Gleich fertig zu sein hier Und dann online Diese Dings zu machen Ja, komm Der braucht ja noch ein bisschen Gucken wir uns mal die Erfolge an Ne Ziehen wir uns die Erfolge rein Was haben wir da So Alle Missionen in andere Ära Ja, das haben wir ja geschafft Erfolgreich eine ultimative Bewegung Majin Bu Saga Z-Kämpfer und so weiter Ja, ist ja schon ganz nice Das übermäßig Ist ja hier Taste of the Spear zocke ich im Moment Das ist auch für geil Hihi Cool, ne So Ey, Junge Ich will bald kämpfen Ich kann der Fiese dann sagen Na los doch Aber irgendwie Hm Okay, jetzt tritt ein Väter dabei The Ghost Napper Z Oder sie Oder Dings Dings und Dings da Ich hoffe Das dauert jetzt nicht so lange hier Mann Ich will jetzt loslegen Los Freunde Lasst uns kämpfen Lasst uns kämpfen Und alle Toten Los Leute Lasst uns kämpfen Lasst uns cool sein Und voll geil Mann Und Frieza Ich mach schon Ein auf Heiler Also Na ja Da können sie jetzt ruhig Langsam mal hier hin Machen Los 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 Was macht er Irgendwas wählt er denn so lange Hallo Jetzt hol dir eine Mission Und lasst uns endlich kämpfen Los 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 Ich bin ungeduldig Ich bin ungeduldig Was haben wir hier Hier sind die zwei von ihm Und das hier ist Auch ein Englischer Da kann man es ein bisschen Von der Von der schönen Musik Hier Bedingsen lassen Aber irgendwie Würde gerade ohne Schmarrn Die eulen Schweine Die wollen alle nicht kämpfen Die sind alle fies Na endlich Ach er will noch Aha Aha Na dann nimm dir jetzt mal einen Typen Und dann geht es um so Fies Vor allem hat auch schon den Song Gohan Wieso haben alle den Gohan und ich nicht Ich will auch Gohan haben Super Saiyan 2 Oder vielleicht muss man in irgendwelchen Missionen Irgendwie S-Rang schaffen Wo ich jetzt nicht S-Rang gekriegt habe Kann sein Ey los Überspringt wenigstens Ey Leute wir haben gerade auch gekämpft Ja 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 Synchronisation Oder auch nicht Bam 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 Zack Attacke So wir müssen mal ein bisschen hier Genk die Energie jetzt eigentlich sammeln So Ich will jetzt nicht diese Mann Wieso Wieso überspringt der einer nicht Der guckt sich ja nicht an Was ist das für ein Typ Der schreibt bestimmt die ganze Zeit Ups Der schreibt bestimmt die ganze Zeit SMS So heilen wir mal Super Super Scheiße Peace Alter Ich habe mich festhalten Der Olle Sack Soweit jetzt schauen Der da Schöne heilt Trotzdem brauche ich ein bisschen mehr key Und wenn ich keinen Schaden bekomme Ich habe wirklich keinen Schaden Wenn ich keinen Schaden bekomme Dann bringt mir Trunks gar nichts Bam Zack So ist das schön Ich labere gar nichts mehr Denn ich weiß nicht was ich sagen soll Ich bin hier nur am kämpfen Und warte drauf Dass ich Endlich mal gewinnen werde Um dann eine Mission Auswählen zu können Er ist ja echt so ein Just for fun Online Gaming Part Irgendwie ne Naja egal Aber ich muss schon sagen Die key lädt sich hier Doch viel schneller auf So Oh Bist du dann vor Alter fett Genau Unser Team Der ist hier gerade echt scheiße So Zack Alles schon heilen Oh Schmerzen Schmerzen Oh Jetzt gucken wir es doch mal an Ne gut Cool Der Grim Reaper Na klar So siehst du aus Bam Zack So GoDeks Komm auch noch rumschießen Uh Gohan Beweg dich Ja So Er hier hat auch schon Oh Der war knapp Scheiße Alter Ich muss auch wieder ein bisschen Key sammeln Bam Zack Ey den schaffen wir Den schaffen wir Ach Pico lebt ja immer noch Nein Scheiße Ich muss ihm mal ein bisschen helfen Hier ist ja Schrecklich wie er hier So Säugig macht wird Bam So Piccolo Stimmt jetzt gleich Los Piccolo Du musst sterben Piccolo Okay Piccolo ist tot So Mr. Piccolo ist dead Ja jetzt haben wir ihn Zack Zack So Naja Naja irgendwie Also ich hab da probiert Zu meinen Kumpels hinzufliegen Um sie dann schön zu heilen Aber das ging nicht ganz so Naja schon geheilt Aber jetzt bin ich K.O. Der Kampf dauert ja doch länger als ich dachte Aber das ist jetzt auch egal Danach bin ich dann dran und dann werde ich auf jeden Fall Mit euch diesen cooler Kampf machen Er war Heiler seine Scheiße Kann ich euch immer voll abraten Warte er ist tot Vor allem ich frag mich Guck mal ich hab so einen Angriff Dass man zum Verbündeten Der gerade stirbt Hinsprintet Ja Und äh Ich frag mich warum die KI Wie das nicht macht Der Skill hat doch nicht nur Gohan Und außerdem ich hatte Gohan die ganze Zeit In meinem Team Finde ich ein bisschen doof Oh jetzt ist gar ein bisschen doof Oh verdammt Jetzt muss er mich wieder beleben Danke So Na verdammt Warum bin ich denn Danke Da seht ihr Die menschlichen Spiele sind viel cooler Als die KI Leute So Mann was ist denn los Scheiße Danke Ich kann mich heilen Heilung Warum bin ich denn immer Warum hab ich denn immer aggro Wenn ich irgendwie Jetzt bin ich tot Scheiße Oh das gibt's noch nicht Wieso macht ihr noch immer Diese selbe Scheiß Mission Ist echt sinnlos Leute Mann Wir hatten ihn fast besiegt Warum sind jetzt alle gestorben Ich verstehe es nicht Aber Ich werde jetzt erstmal Meine Mission nehmen Das ist mir eigentlich scheiße Ich kann einfach die für eine Mission machen Hauptsache Oh jetzt hab ich fast Das Kabel rausgezogen Sorry Das hat sich jetzt wahrscheinlich Richtig übel angehört So Jetzt kommen alle raus Aus dem Spiel Denn jetzt Jetzt sieht es richtig los Hier So hier gehen wir weg Aber die Mission Die hab ich wirklich nicht Das ist voll merkwürdig So hier ist der cooler Nehmen wir den So zack So Dann nehme ich hier Brauche ich noch irgendeinen Irgendeinen anderen Der noch heilen kann Nehmen wir noch einen Goran So Genau Puh Jetzt zwei Heiler Und zwei Camper Los Mach was Los typisch Los Scheiße Den ganzen Part Warte ich darauf Leute Den ganzen Part Und jetzt machen sie nix Jetzt machen sie nix Hm Ey ihr Typen Ihr könnt ruhig So Dingsen Ja Jetzt geht's los Okay der Part Wahrscheinlich überlang Aber das ist mir voll egal Wir müssen jetzt Den Kampf Ja auf dem Gedi Stern Schaffen So nicht wundern Ich musste gerade Wir haben Mikros Ein bisschen rum Ruckeln Das musste ich wirklich So jetzt alter Gedi Stern Ey Voll böse Ist voll übel Wartet so Jipp Bei Dragon Ball Voll unheimlich Krieg gleich Gänsehaut So Auf jeden Fall Lasst uns ihn töten Warten auf Synchronisation Na toll Jetzt bin ich hier der Host Und mein Interest ist ja auch nicht das Beste Ist ein bisschen ungünstig Aber naja Was soll man machen So los Freunde Lasst uns reinhauen Bam Zack Immer schon drauf da So wo ist Space Tim hier Genau ich heile uns schön Okay yeah So da haben wir schon mal Den ersten Coolen Treffer gehabt Jetzt ist schon Oh Ist ja krass Ich komme nicht weg So Da ist er Der cooler So komm her Cooler Bam Und den Ja den haben wir auch gleich Yeah So komponisation So Dann kommen jetzt diese Barrierefelder So alles klar Space Tim Den muss ich heilen Space Tim Komm her Zack Jetzt muss ich auf jeden Fall Schön wegbleiben Denn jetzt ist halt Jetzt kommt halt Der Moment Wo die wirklich Was macht ein Jura eigentlich Der hat hier die ganze Zeit Immer Kiwi genügt Ganz komisch Das wird mir gerade angegriffen Aber ich weiß es jetzt auch nicht Egal Metacula Attacke Bam Okay das macht ihm irgendwie gar nichts aus Ist ja toll Ich kann doch nicht rein Ich Geh weg mit deinem scheiß Feld So ich muss euch heilen Verdammt Ja mal schon heilen Also eigentlich macht der Heiler doch ganz schön viel Spaß Muss nur mal gucken Dass ich meine Kumpels auch schon heilen kann So Ja Jetzt Zack Dann brauche ich zu Hier Space Tim Den muss ich jetzt heilen So und Zack noch einmal Und dann greife ich einfach mal die Beine an Bam Okay das hat mir jetzt doch nicht so viel gebracht Leider Was mit deinem linken Arm Cooler Oh nein Oh nein Nein Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Oh verdammt Ja Weiter so Leute Weiter Also der Cooler der wird gerade richtig fertig gemacht Naja nicht was halt fertig gemacht Aber Wir stellen uns auf jeden Fall nicht so schlecht an Den geht er dreht voll durch Autsch Oh Freude geschaffen hat Geschaffen hat Bam Alter gehen wir hier ab Das ist echt ein übles Gemetzel hier Wo kriegen die alle die Key her Autsch Ich glaube ich sollte auch einfach mal hier runter So in Bewegung bleiben Ein bisschen Ist das geil wie oft der sein Sein Dings machen kann So äh Space Tim Das ist echt geil Muss ich sagen Mir fällt mir sehr Aber wir sollten vielleicht trotzdem mal Wir sollten vielleicht trotzdem mal drüber nachdenken Dass wir ihnen irgendwas kaputt machen Äh Wie wärs mit Oh nee Dann kommen wir nachher an die Reflexionsspiegel Ich glaube ich muss auf jeden Fall Ja Ich muss mir das Ding aufheben Mein äh Meine Key Das ist sonst echt Kacke Und attacke Aber es macht echt Spaß online Das ist super cool Zack Okay er lebt immer noch Jetzt nicht mehr So Wie sieht es bei meinen Kumpels aus Äh Die freuen sich alle noch So Spezialbonus Und da haben wir schon wieder nur noch unseren Kumpel Der rechte Arm Rechte Arm So Attacke Das ist der Ende Also echt krasser Kampf Also ich find's Hammer hier Macht auch voll Spaß Ist saugeil gerade Ja wir kriegen den kleinen Wir kriegen den kleinen Vor allem der Der Song Gohan Der Kai Der ist ja hier richtig schön Oh ja Ich hab im rechten Zum rechten Zeitpunkt Hab ich's eingesetzt Ne der ist ja richtig schön Unser Keylieferant Hier praktisch Oh scheiße Jetzt macht er hier schon wieder Seine Seine Kacke Nein Space Du wirst nicht sterben Ich bin da Ich bin da Ich bin da So Puh Der rechte Arm ist gleich kaputt Ja jetzt Attacke Ja Ja Ey ich find das super Dass die Leute mitmachen Ist echt krass Bam Zack Einmal schön erheilt Boah Boah Scheiße Scheiße Zack Alter ist das grad übel man So Kumpel Ich muss uns heilen Das ist die End Schreit wie geht da mal rum Ist so lustig So Joa Komm her Joa Joa Bleib doch mal stehen Mann So Wirdet nie was Ich brauche Energie Ich brauche Key Du 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 Mann wie du einfach nur rumfließt und dich nicht heilen lässt Du dummer Typ So Joa Jetzt lass dich heilen Zack Alles klar Scheiße Scheiße Lass mich raus Lass mich raus Lass mich raus Komm her Tim So Alter ist das ein Scheiß hier Was hat am meisten Schaden? Die Beine Beine Attacke Wir schaffen es Ja Ja Freunde Leute wir können gewinnen Ja Los oder alle rauf Haut alles rauf was ihr könnt Gleich haben wir Gleich haben wir Ja Geil Mann Geil Ah super Gibt's denn nicht irgendwie Wird sich benutzt Keine Ahnung was ich hier sagen soll Das Gefühl Gut gut Ganky Energy Ja Ist das geil ey Ach ist das schön Ich bin so glücklich So und guckt euch an wie viel pp Ist das krass Oh man Und wisst ihr was Leute Ich sag euch gleich nochmal Hey Ich muss ja jetzt noch schnell Also ich mach jetzt nach dem Party Schluss Und ich kämpfe einfach noch eine Runde mit den online Oder Oder Ne Ich weiß nicht Auf jeden Fall hier Boah geil Null Karte Und Metacooler freigeschalten Großer geht die Sternen freigeschalten Alles geil Geil Ne machen wir so Ja auf jeden Fall Leute Vielen Dank fürs dabei sein War auf jeden Fall geil Und ich hoffe wir sind hier am nächsten Part Ich glaub Ich guck mal ob ich vielleicht noch eine Runde mit denen hier aufnehme Dass ich dann das nächste Mal das mit Broly machen kann Ja Dann sehen wir uns im nächsten Part Also Tschüss Leute